Eyo, meine Freunde, Was geht ab? Hier ist euer Delma mit einer neuen Reaction zu Chilo und Abdi featuring Nemo, featuring Summer Jam, SoSoDev, produziert von M3. Schuff, ich hab den Song schon gehört. Das ist ein absoluter Banger. Zehn von zehn. Bruder, die haben dieses Lied auseinandergenommen, Masahbe. Wie ich, wenn ich tiefsee Fische jagen gehe. Let's check it up. Ideal-Television. Schuff, schuff, schuff. Ich hab schon gehört. Ich will jetzt nicht sagen, boah, das ist ja übertrieben geil, hilft erst das erste Mal. Ich hab das schon gehört. Ich hab das platt gehört, weil ich konnte nicht aushalten. Ich musste es aus, weil ich hab diese Preview auf Insta gesehen. Erstens, der Beat ist brutal. Das ist dieses Oldschool-Beat. Das ist ja ein bisschen vom, das ist ja angelehnt an von Chris Brown, diese Run It oder so, irgendwie sowas auf jeden Fall, Chris Brown-Lied. Summer hat auseinandergenommen. Der hat den Beat auseinandergenommen. Schuff, jetzt wie der float. Bruder, der Typ, ne? Je älter der wird, desto granatmäßiger wird der krasser. Der ist wie so ein Wein, ja? Bruder, Summer, der Killer, der Chief. Siki Jackson, Bruder. Der nimmt momentan alles auseinander. Aber weißt du, was mir am meisten bei ihm gerade gefällt? Bruder, diese Leichtigkeit zu flown. Diese Leichtigkeit über den Beat zu flown. Bruder, der dribbelt da sich wie Iniesta durch. Mit Leichtigkeit. Easy. Easy machte das. Summer, der Hammer, der Killer, der. Ab und zu mache ich ein Körper ins Mittelmeer. Üff, I'm honest, you keep sticky jam at the Big Bang, I'm wrist tank. Würde ich nicht rappen, werdet ihr heute Taylor Swift-Fan. Würde ich nicht rappen, werdet ihr jetzt Taylor Swift-Fan. So Anlehnung, so Drake und so. Auf jeden Fall der Part von Summer Jam. Bruder, ich kann mir den Minuten im Minutentakt geben. Bruder, der hat auseinandergenommen. Der hat auseinandergenommen. Und jetzt kommt meiner Meinung nach zum Highlight dieses Songs. Nemo's Hook. Puh, was hat der da gebracht, Bruder? Was hat der da gekocht? Er hat ein ganzes Drei-Sterne-Menü gekocht. Gänge von A bis Z, von ganz Welt hat er gekocht. Scheiß, Alter. Boah, Alter, was ein Paar. Bruder, die Hock hat er auseinandergenommen. Bruder, Nemo, ne? Wenn der will. Ich hab Schokolade, ich sitze jetzt in meinem Hals. Jetzt in meinem Hals. Auf jeden Fall. Der Typ, ne? Wenn der will, nimmt er alles auseinander. Der rasiert alles auseinander. Jetzt, jetzt. Wahrscheinlich meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach der beste Rapper Deutschlands. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, um Abdi komplett zu fühlen, musst du dieses Straßensound, musst du aus der Straße kommen. Bruder, ich sag dir, wie es ist. Nicht jeder versteht den Film, den Abdi fahren will. Bruder, die Wörter, die er benutzt, du musst halt Araber, Marokkaner sein. Er benutzt viele arabische Wörter in seinen Texten. Aber das macht für ihn, das macht uns, das macht er für mich so authentisch, Bruder. Seine Flows sind für mich bis jetzt unerreicht. Bruder, seine Flows sind geisteskrank. Abdi kann ich mir immer auf Albumlänge geben, Bruder. Der Typ hat einen so geilen Flow. Einen so geilen Flow und so unberechenbar auch der Flow. Und seine Lines, Bruder, und seine Reime. Immer zu geile Reime, Bruder. Für mich ist Abdi der beste Rapper Deutschlands. Aber das ist meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt einen Rapper mein Leben lang hören würde, würde ich entweder Abdi oder Bushido nehmen. Ja, sag dir, wie es ist. Bruder, das ist Hit-Hook. Bruder, was hat Nemo wieder gemacht, das, Abdi? Aber das, Nemo ist so ein geisteskranker Artist, Bruder. So ein geisteskranker Artist. Nemo kann Flow seine Mutter nehmen. Der kann rappen wie eine Eins. Bruder, und dann kommt der und bringt so eine Killer-Hook. Bringt so eine Maximum-Hook. Bruder, das ist Ohrwurm, sein Vater. Jetzt kommt Cello, Bruder, der Bratan. Auf jeden Fall dieses Avengers, was hier sich vereinigt hat, Bruder. Wir wussten gar nicht, dass wir das haben wollen. Aber, Bruder, was haben die da, Jungs, gemacht? Ich sag dir ehrlich, diese Kombination schmeckt mit den Vieren. Die schmeckt aber richtig. Sehr, Junge. Bruder, da sieht man. Es sind zwar Newcomer da und so. Ja, und es sind krasse Newcomer und so. Junge Leute. Bruder, aber diese alte Garde hat es immer noch drauf. Chilo und Abdi, der euch alle bummt. Bruder, viele können sagen vielleicht, boah, wir fühlen das nicht und so. Die fühlen das nicht. Bruder, ihr müsst das mal gelebt haben, Bruder. Chill und Abdi, bis jetzt sind noch immer Tag Team. Tag Team, Bruder. Zeig mir ein Team, was über 10 Jahre immer noch so ist. Bruder, ich schwöre es dir, das läuft gerade in meiner Playlist drauf und drüber, Bruder. Maximum Lied. Das gibt so einen geilen Vibe. Ich bin eben so im Gym und so. Ich höre den Scheiß. Bruder, ich bin einfach am Tanzen. Leute gucken mich an und so. Ich hoffe, ich nehme nichts. Ernst, Bruder. Dieser Beat, wie die Flown, Hook von Nemo, Max. Checkt das auf jeden Fall ab. Euer Delmann. Peace out.